ja also gibts grüne Handschuhe als Belohnung, dann droppt der Boss noch ne grüne Waffe und dann sind wir glücklich ja ne grüne Waffe die kann ich doch so geben nein ähm wieso wird das mir jetzt nicht mehr angezeigt Moment hätten wir unten irgendwas anklicken müssen ne das ist doch da hinten ich sehe es noch jetzt vielleicht könnten die jetzt dreimal hintereinander machen was ne einmal wöchentlich verfügbar für jeden nur das müssen wir ja gleich mal gucken weil wir sie ja nicht angenommen haben ja doch aber die wird doch bei uns gerade auch als aktiv gezeichnet auch in der Base das stimmt allerdings hat er recht ist ja gut ganz vertreiben die so an aber du brauchst nicht zahlen aber das muss ein Fehler sein ich glaube auch ja ich bin arm wie ne Kirchenmaus und ich krieg ja alles natürlich ich find das auch nicht so ich find Exo sammelt immer und äh ich find das auch nicht so ich find Exo sammelt immer und äh das ist echt hart ne er bezahlt dafür und kriegt keinen grün gut ach wir müssen hier wieder hoch ja ja gleich Hauptsache das ist hier nicht so ein Flammenwerfertyp weil dann kotze ich dem strahlen mit seiner Reichweite das coolste finde ich auch noch Nachtschicht ne es wird grad morgen ach Vorsicht Schlammwerfer ohne Winz ohne Winz oh ok haha das ging gut oh das sind nur so ne dicken hahaha das sind nur dicke oh 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 Brandgranate und Feuer das ist schon Feuerjuck jetzt geht ein Hahn her lustig wusste jetzt gleich wenn äh die nächste Bälle kommt außer Tür das ist aber normale Pumpe links Au Alter 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 Ähm Alpha Exo Ja Awee Was ist hier los? Da bret ich hier in die Luft oder was? Hahaha Wie er sich folgte Ah ich bin noch rausgekommen nope ich lauf 30 Ich lauf ziemlich würdig wider ich bedau danke ich bin ein das ist es 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 es ist es ist es 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 mal deine scheiße bleib da wenn bleibt er hier irgendwie Hette, Hette kommt wieder. Ja, hinter dir fünf. Ich bin nicht fern, ich bin voll mit Job. Genau, immer schön auf den Tag schießen und schön Fleckenschaden machen, oder? Wo kommt denn der, wo kommt denn der? Links aus der Tür, oder? Ja, aus der Tür, hier rechts von uns. Oh Gott, im Himmel. Damage kommt gleich. Und er kommt, er kommt von vornherein, er kommt schon. Ah, kacke! Oh, Autorität des Taktikers 240. Ich kanns nicht einsammeln. Alter, ich bin voll im Leben hier. Ich seh nix. Ich will keine Autorität des Taktikers, Sancho. Overheal, 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 Overheal. Ich hab' gar nicht weg. Ich hab' meinen eigenen Hilfe gegeben. So. Schild ist raus! Wozu denn? Wozu denn? Wozu denn? Exo kriegt ne Maske bei ner Handschuh-Mission. Ach ne, wir sind noch nicht fertig, ich glaub' jetzt kriegen wir erst die Einsatzbelohnung. Habt ihr beide Gründe, ihr Schweine? Einsamer Held, Knieschoner. So. Warum krieg' ich denn Knieschoner für ne Handschuh-Map? Das ist nicht die Handschuh-Map gewesen. Ich hab' die letzte gemacht. Nein, die vorletzte. Die vorletzte ist die halt, wir haben grad die Knieschoner-Map gemacht. Oh, geil. Ja, dann mach' die doch. Ja, ja, ist doch gut. Die Hexe ist tot, die Hexe ist tot. Sie frisst kein Brot. Weißt du Bescheid? Alter, war das Knacki hier. Das fand' ich cool, ja. Gunshot geht raus. Ach, spielt sich alles in dem Raum hier ab, oder was? Kommen wir hier irgendwie... Kommen wir denn hier durch? Hier. Rechts, oder? Treppenhaus, genau. Genau, schönen Treppenhaus. Jawoll. Alter, ist das hell. MGs. Werden geht raus. Ich rück' noch ein Stück vor. Okay. Wer schießt zuerst? Ich kann mir vorstellen, welches Set die anhaben. Ja, die Sette. Hinter uns liegt- Oh, ich muss weg! Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. von wo kommen sie jetzt? wieder von da oben wieder von da oben oh kacke was denn? ich hatte eben nur ein bisschen Panik weil da so viele runter gehüpftet sind oh hinter unten was ist hier los? ok das ist nicht so die optimale Reichweite mit der ich mich hier befinde hat hier mal einen King? nein, gerade will Nutz vor uns da ist er doch schon rechts außen pumpen der war auch ein bisschen sehr einfach son und heiler nur Geld? was ist das denn für eine Kacke? nö, grün einsamer Held Handschuhe ich sag's ja fuck 204 taktischer Holster gelb hehehe Holster des Nomaden 240 was für ein Scheiß was für ein Scheiß ha folster des Nomaden hoi hier in Bis zum nächsten Mal.